Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich einen digitalen Wechselstromzähler anschließend und somit natürlich auch einen einphasigen Zwischenzähler für die Hutschiene richtig einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich diese Unterverteilung in einem extra Video auch schon richtig mit einer Hauptleitungsabzweigklemme, einem FI-Schalter und auch einem LS-Schalter angeschlossen. Und jetzt möchte ich da dann aber auch noch einen Verbraucher mit dieser Leitung hier anbringen, damit ich da auch den Stromverbraucher mal richtig messen kann. Dann möchte ich unbedingt so einen kleinen Zwischenzähler hier auf der Seite noch dazwischen schalten. Bevor wir aber irgendwie beginnen, sollten wir auf jeden Fall unbedingt die 5 Sicherheitsregeln vom Strom beachten und dafür sind aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller. Wenn dann alles zu 100% spannungsfrei ist, schauen wir uns mal noch einen einfachen Plan an, wie das Ganze angeschlossen wird. Wir haben hier oben bei uns die Klemme 1, wo der meistbraune Außenleiter L1 von unserer Zuleitung oder in meinem Fall vom LS-Schalter reinkommt. Daneben haben wir die Klemme 3, da geht der Außenleiter weiter zu unserem Verbraucher und hier unten haben wir noch die Klemme 4 und die Klemme 6 und da wird einfach der blaue Neutralleiter angeschlossen. Bei anderen Modellen sollte es normalerweise relativ ähnlich ausschauen. Ich gebe mein Stromzähler also erstmal an die gewünschte Stelle auf die Hutschiene, indem ich ihn hier oben etwas schräg aufsetze und dann nach unten dagegen drücke. Falls er bei dir nicht automatisch einrasten sollte, einfach mal dieses Teil hier unten noch etwas nach oben drücken und der sitzt auch schon fest. Und danach können wir nämlich auch schon unsere Zuleitung richtig anschließen. Hierfür mache ich mir einfach mal mit so einem braunen Außenleiter 2,5 Quadraten Millimeter eine Brücke vom LS-Schalter hier oben auf unsere Anschlussklemme 1. Ich isoliere meinen Leiter also mal auf 12 Millimeter ab, gebe ihn von oben in den LS-Schalter hinein und kann dann auch schon die entsprechende Klemme einmal mit 2,8 Newtonmeter festdrehen. Ich biege ihn mir so hin, dass ich danach auch in meine Klemme entsprechend reinkomme, kürze ihn mir, isoliere ihn mir in meinem Fall auf 6 Millimeter ab und kann auch diese Klemme festdrehen. Den Neutralleiter für die Klemme 4, den hole ich mir von hier oben von meiner Neutralleiterklemme und da mache ich auch wieder so eine blaue Brücke. Die Zuleitung hier oben und unten passt auf jeden Fall. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass wir auf jeden Fall die Neutralleiterklemme verwenden müssen, wo natürlich auch unser FI-Schalter hier angeschlossen ist. Und eventuell musst du deine Klemmen hier erstmal mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn lösen. Wenn das alles geklärt ist, dann können wir mal auch unsere Leitung zum Verbraucher auch schon dementsprechend abmanteln. Wichtig ist auch, dass wir diese auf jeden Fall lang genug lassen sollten, dass wir überall danach auch schön hinkommen. Den grün-gelben Schutzleiter klemmen wir hier oben bei unserer Schutzleiterklemme einmal richtig an. Den braunen Ausleiter führe ich zu meiner Klemme 3 rüber. Und den blauen Neutralleiter zu meiner Klemme 6. Der Stromzettel ist somit auch schon richtig angeschlossen. Normalerweise sollte man jetzt natürlich die Abdeckung drauf geben, dass man auch einen ordentlichen Berührschutz hat. Für das Video werde ich das jetzt aber nicht machen, da ich gleich Spannung auf das System drauf gebe. Und am Verbraucher, da habe ich jetzt auch eine Steckdose angeschlossen und auch einen Föhn, der einfach eine hohe Leistung hat, damit wir mal schauen können, ob der Stromzettel auch richtig funktioniert. Ich würde sagen, das schaut super aus und somit haben wir unseren Wechselstromzettel auch schon richtig angeschlossen. Wenn du dir jetzt auch so einen Wechselstromzettel oder auch hochwertiges Werkzeug wie zum Beispiel so eine Abisoliertzange, einen Seitenschneider oder natürlich auch Schraubendreher zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.